Hallo und Willkommen zu Don't Bit... Don't Bit Me... Oh... Urgh... Ein schwieriger Titel... Ah... Selected Space... Das ist umständlich... Ähm... Ich werd' gleich ein bisschen unterdrehen weil die ist... Sau nervig... Jetzt schon... Bit Game... Na gut... Ähm... Ja... Ich hab' mit lang gefahren... Hardcore Survival... Hardcore Survival... Hüpte-dupt... Ladebiken... Der Ladebiken der lädt... Und... 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 Wo ist das hier ne Tri-Hile Version... Unglaublich... Skip... Verwandt... Wir haben keine Geschichte wissen... Oh... Ich muss wieder laden... Hm... Okay... Ich kann hier mit raus... Mal... Follow me... Okay... 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 Lalalalalalalala... Ich folge dir... Lalalala... Ja... Was ist... Ich laber mich hier tot... Geh weg zu... Komm... Komm alter Mann... Komm... Camp... Camp ist ein Scheißdreck hier... Dein Camp hier... Okay... Ich bin der Quoten... Bin der Quoten-Schwarze... Oder schwarze Stippler... Ach... schwarze Stippler... Zuerst in Filmen... Weg... Klick... Shift... Garten Sie ist... Oh... Das läuft voll umständlich... Ja... Okay... Oh... Ah... Ah... Okay... Wenn man jetzt voll zerlegt... Da er ja auch nicht mehr wiederkommt... Oh... Okay... Cool... Ich schlag mit dem Beldverschläger einfach mal so... Papp... Rhetorik... Noch 100 Bretter... Um das zu reparieren... Nein... Da schuldig aber auch nicht so viele Bretter... Glaub ich muss jetzt mal den Zaun hier reparieren... Maßnahme... Okay... Ich kann abquellen... Kann ich das abquellen? Kann ich das einfach nur den Zaun basteln? Das liebt mich einfach... Okay... Fliegenpilz kann ich auch aufsammeln... Oh... Kann ich das auch aufsammeln... Oh... Okay... Okay... Was... Was ist hier was los? Oh... egal... Ja komm... Zombies... Kommt nachher... So... Ich... Kann er nicht aufsammeln... Wesboschläger... Dann ein Wachwerkzeug hier... Unglaublich... Unglaublich gut... Glaublich gut... Ich bin... So... Äh... Bin ich auf einem Frogger oder was? Danger... Geht schon wieder los... Was? Was? Hä? Was? Hä? Was? 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 Ich hab nämlich noch einen Zombie gesehen! So... Er hat auch einen... Ich fuhd... Ich fuhd... Ich fuhd... Ich fuhd... Ich fuhd... Logisch... Aber wir kriegen... Mich wen... Ohne Höhle... Bin ich denn jetzt? Zu wächst... Ich hab mich verlaufen... Ja... Ich hab mich verlaufen... Hoffnungslos... Danke... Ja... Wie ist kann ich auch wieder auf... Halbinden? Hoffnungslos verlaufen... Lager? Lager? Bist du? So... Ah... Da oben kann man sie... Ah... So... Alter Schwede... Tower... Spikes... Trap... 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 Gell... Down... So... Ah... Ihm... Space... Auswählen... Yeah... Das ist natürlich... wirklich... Spaces... Und auch erst mal ein bisschen nice. Wunderprächtig, oder? Will ich gar nicht Food auch lagern? Das ist natürlich alles schlecht, wir kriegen auch noch Food wieder raus. So ist kein Mensch, ne? Komm jetzt keine Suppen davor. Oh, die Herde kommt. Diesmal 4. Okay. Wo kommen die 4? Das ist eine Frage, ne? 10. Unter Attack, da kann ich nicht bauen, wenn ich unter Attack bin. Warte. Warte. Mit Web möchte ich sie gerne reinloggen. Yeah. Hey du Arschloch. Komm weg von meinem Hood. Ich habe in der Hood gebaut. Das ist ein bisschen 6, da brauche ich wegen Vorbereitung. Da, da. Mine. Mine wäre natürlich cool. Ne, nicht. Hier. So ein wenig ums Gebäude rum. Schon die Mine recht nice. Na wie fast es kaputt macht. Ich werde es gleich merken. Leute reinloggen. Warte. Tower. Tower. Ach ist der Brau noch einen Überlebenden? Gibt es die auch? Stimmt, die war irgendwo in der Stadt, gell? Wollen wir uns mal nicht schätzen? Ein Knochen hätte er. Yeah. Destroyed. Okay. Game over. Ja, liebe Leute, wenn euch das Spielprinzip gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach und gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Euer Sephiroth.